16. Dezember. Gutschein für eine Schlittenfahrt. Kutschfahrt. Susann hat mal wieder umdekoriert. Es wird immer weihnachtlicher, dachte Malte, als er sich an Adventskalender ranpirschte. An dem obligatorischen Gutschein hing heute ein kleiner Elch. Im Flur stand mittlerweile ein Riesen-Elch mit einem mächtigen Geweih und einem Blick, bei dem einem ganz warm ums Herz wurde und man einfach lächeln musste. Susann hatte ihn auf einer Weihnachtsausstellung entdeckt, konnte dem Rentier nicht widerstehen und hatte das unhandliche Holztier nach Hause geschleppt. Die Sterne vermehren sich scheinbar über Nacht im ganzen Haus. Unser Neubau wird von Tag zu Tag schöner, dachte Malte. Es war sofort zu erkennen, dass Susannes liebevolle Händchen hier am Werk gewesen war. Malte wünschte sich jeden Tag etwas mehr, dass ihr liebesvolles Händchen auch bei ihm mal wieder am Werk sein würde. Wie konnte ich nur so dämlich sein, nun Susann bitten, die Finger von mir zu lassen? Umständlich zog er den Adventsbrief aus dem Säckchen hervor. Mein liebster Schatz, schon immer wollte ich mit dir eine Schlittenfahrt machen und wünsche mir nichts sehnlicher, als an einem eisigen Wintertag eingehüllt in Decken mit Puschelmütze und heißer Schokolade durch einen verschneiten Winterwald zu fahren. Auf dem Kutschbock stelle ich mir einen alten Mann vor, der aussieht wie der Weihnachtsmann und der uns stillschweigend durch eine Winterzauberwelt kutschiert. Unter der warmen Decke können wir heimlich und heimlich kuscheln und küssen. Mehr allerdings nicht, denn das würde nicht zu der Stimmung passen. Von Rentieren wird das Schlitten wahrscheinlich nicht gezogen werden, aber Pferde wären für mich auch in Ordnung. Wie wäre es denn, lieber Malte, wenn du mir nach der Schlittenfahrt in unserem Wellnesshotel den Elch oder das Rentier machst und dein durchgefrorenes Rentiermädchen wieder aufwärmst? Hoffentlich hast du noch nicht vergessen, wie du mich anheizen kannst. Nun bekomme ich gleich wieder den Panikblick. Nein, du musst dich nicht verkleiden und du musst dafür auch keine rote Nase wie Rudolf das Rentier aufsetzen. Obwohl du damit bestimmt ganz süß aussehen würdest. Viele tausend Sternengrüße und himmlische Küsse von deinem Rentiermädchen Susann. Mach mir den Elch!